Oh, was ist das für ein Geräusch? Oh, nur mein cooleres, wenn ich das raus will. Ah, wo sind meine Mädels? Was für eine Hübsche! Hi! Oh, wow! Nun, weiter so. Hi, Kim! Hi! Ich wäre gern so wie ihr. Ich werde es euch schon zeigen. Los geht's. Was zum... Was? Zuerst müssen wir dich sauber machen. Mach dich bereit. Ich glaube, ich sehe Nemo hier drin. Das wäre cool. Schon besser. Mein Rücken tut weh, weil ich den ganzen Tag all diese Schönheit getragen habe. Setz dich. Alles ist so weiß und glänzend. Ja, fast alles. Ich habe etwas, das dir helfen wird. Bist du bereit für deine weißen Beißerchen? Hä? Äh, ich mache die Dinge auf meine ganz eigene Art. Äh, Schätzchen, falsche Seite. Äh, verstehe. Danke. Äh, das ist geholzt. Äh, wenigstens funktioniert's. Hey, jetzt habe ich voll das Indeer-Lächeln. Äh, ich glaube, wir brauchen was Stärkeres. Diese Pille wird die gelbe Farbe beseitigen. Äh? Nimm sie. Ähm, ähm, blu-da-ba-di-da-ba-da. Äh, interessanter Geschmack. Und nun der spezielle Aufhellungsstift. Schau zu und lerne. Lass mich mal sehen. Ich bin voll der Zahnarzt, Picasso. Äh, jetzt müssen wir warten. Genau wie die Jungs, deren Nachrichten ich erst nach einer Woche lese. Zeit ist um. Äh, meine Augen. Äh, Alfredo. Hey, Leute, ich bin Kieb. Komm bitte her. Ich bin ein supermännlicher Butler, der zur Rettung eilt. Hier gibt es nichts zu sehen. Ihre Sonnenbrille, Fräulein. Wo ist sie? Oh, wunderschön. Ja, eine hinreizende junge Dame. High Five. Danke, Leute. Oh, was macht denn die Brücke da? Bist du eine Katze? Ich hab ein Kaffeechen für dich. Sieht glänzend aus. Was ist denn da drin? Wirst du schon sehen. Komm zu Papa, Kleines. Was? Oh. Bleib einfach cool und du wirst im Handumdrehen cool aussehen. Aha, perfekt. Fühlt sich voll glatt an. Wow, ich will das an den Augenbrauen probieren. Voller Einsatz. Äh, ein bisschen da und auf der linken Seite. Äh, oh. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Äh, äh. Autsch. Ah. Ah. Das kriegen wir hin. Keine Panik. Äh. Ist es jetzt besser? Wow, danke. Wunderschön. Ups. Starke Waden und noch stärkere Behaarung. Eww. Eww. Ich hab da was für dich. Ist das ein Tattoo? Nein, etwas, das du im Moment viel dringender brauchst. Ha, fertig. Das zieht vielleicht ein bisschen süßer, aber es ist für einen guten Zweck. Halt einfach schön still. Äh, warum? Auf drei. Drei. Ah. Ah. Äh. Äh. Nochmal. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht nochmal. Okay. Ich hab ne bessere Option. Schau zu. Sahne. Lass mich mal probieren. Lass mich mal. Ich liebe diesen Geschmack. Dann räumen wir diese Bad Boys hier mal auf. Es schmeckt etwas sauer. Oh, Schätzchen. Du sollst das doch nicht essen. Das ist Schaum für die Haarentfernung. Oh, oh nein. Nenn mich Edward, denn diese Helle sind scharf. Es ist im Nu vorbei, keine Sorge. Aber wenigstens funktioniert's. Tut es das wirklich? Lass mich sehen. Oh, wow. Die sind voll weich und glänzend. Schau sich einer diesen üppigen Schnurrbart an. Ich kann nicht. Oh, oh. Autsch. Was? Regnet das Shampoo? Schätze, ja. Aber was für ein Shampoo. Oh je, dass das Dwayne Johnson benutzt. Das ist nicht gut. Oh nein. Oh, jetzt siehst du aus wie mein obdachloser Freund Michael. Wir lassen dir auf jeden Fall eine Perücke fertigen. Keine Sorge. Meine Füße jucken total. Ich frag mich warum. Es juckt so sehr, dass ich einfach kratzen muss. Hey, die hier sind nur für dich. Danke. Ich hatte noch niemals eigene Stiefel. Ich probiere sie an. Ach, Süße. Nein, die sind für deine Füße. Die brauchen eine Maske. Pflanzenmilch, Gewürze und weitere schöne Dinge. Wir werden deine Füße zum Glänzen bringen. Okay, los geht's. Der Vogel hat das Nest betreten. Und nun zur anderen Seite. Rein mit dir. Oh, meine Füße erleben das Nirvana. Wow. Die sind wie neu geboren. Nur ohne die Sauerei. Oh, so weich und zeitig. Hä? Moment mal. Schokoladenmilch. Wen soll ich als nächstes ghosten? Fräulein? Äh, was? Ich helfe Ihnen, Fräulein. Das war so cool. Lecker. Warum sehe ich eigentlich so gut aus? Gilt das in manchen Ländern als Verbrechen? Moment, was? Lass mich mal sehen. Wow. Oh, du weg mit dir. Ich sehe was, was du nicht siehst. Es guckt gerade keiner, oder? Ich komme, um eure Stadt zu zerstören und eure Freunde zu daten. Oh, was? Ich muss die Challenge annehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und los geht's. Oh, ich würde eine ziemliche Sauerei. Aber wen interessiert das schon? Schmutzig. Oh, ich spüle es einfach runter. Neben mir sehen die Niagara-Fälle aus wie Regentropfen. Oh, so benutzt man das also. Wollen wir ein TikTok machen zusammen? Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Ich bin ein Profi. Ich mache mich professionell lächerlich, um beliebt zu sein. Normalerweise esse ich Müsli, aber so gar nicht. Aber ich schätze, es hat weniger Kalorien, weil nicht alles reinkommt. Eiskalt. Eiskalt. Oh, Schätzchen. Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Lass uns das in Ordnung bringen. Oh. Autsch, Autsch. Mein Kopf, das tut weh. Ah, das ist eine totale Falter. Ich kämm doch nur deine Haare durch. Ich glaub, das funktioniert so nicht. Nein, wir brauchen ein Notfallset. Butler? Ein Notfallset? Ich bin schon hier, Fräulein. Setz dich. Wer? Ich? Los. Setz dich, Fräulein. Bist du bereit? Wow. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so hübsch. Das ist meine beste Arbeit. Vielleicht kann auch ich selbstbewusst sein. Passt nur auf, Jungs. Du bist so wunderschön. Du darfst gehen. Okay. So, wunderschön. Und nun musst du noch richtig glänzen. Glänzen? Ja, wir verpassen deinem Haar das gewisse Etwas. Das kommt hier hin. Du weißt inzwischen, wie es geht, oder? Halt mal, ich muss meinem Schwarm schreiben. Wow. Ich hab eine geniale Idee. So macht man doch Piercings, oder? Ausprobieren schadet nicht. Was? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Oh nein, du hast das Make-up und auch alles andere ruiniert, was wir für dich getan haben. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich mach das wieder gut. Siehst du? Es hat geklappt. Alles sauber. Was? Okay. Steh auf. Ich glaube, diese Klamotten jucken mich etwas. Ich weiß nicht wirklich, warum. Aber, ähm... Wir müssen dein Outfit ändern. Aber es gefällt mir. Keine Sorge, das Outfit wirst du noch mehr mögen. Aha. Lust auf den Kleidertauschtan? Ja. Cool. Oh mein Gott. Oh nein. Ist es weg? Oh ja. Ja. Moment. Das Schlimmste ist eingetreten. Meine Nägel sind ruiniert. Ganz ruhig. Ich kann dir helfen. Wo ist das? Wo ist das? Ich kann helfen. Die absolut beste Qualität. Oh. Das wird helfen. Oh mein Gott. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Ich werde die wichtige Frage stellen. Nimm das. Oh, das ist perfekt. Danke tausendmal. Hallo, Drs. My old friend. Was kann ich tun? Ich hab eine Lösung. Guck hier. Polymerization time. Geh bitte sehr. Und, gefällt's dir? Es ist wunderschön. Wirklich schön. Danke, Süße. Was für ein wunderschöner Tag. Weißt du, dieses Makeover hat mein Leben verändert. Vielen Dank. Gern geschehen. Mein Cocktail ist leer. Alfredo. Ich schlafe nicht. Ja, Fräulein. Was? Oh. Was ist denn los? Ah. Ah. Ouch. Ich muss was tun. Ah. Aha. Oh. Ah. Ich weiß, was zu tun ist. Ich bin absolut zuversichtlich. Oder soll ich sagen, Vera zuversichtlich? Die gute alte Aloe. Ah. Ah. Ah, ja. So. Schön stillhalten. Aha. Ah. Moment mal. Ah. Ah. Es hat geklappt. Wow. So cool. Lass uns zusammen chillen. Komm. 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 Vom Butler zum totalen Boss. Das ist meine Geschichte, Kinder. Cheers. Guter Junge. Vom Mai. Lass step. Und don't come back again. Oops. I'm sorry, I'm sorry. I have to go. Finn! I got your invitation. I pranked you. Crank? Oh no. Look at her! No costumes, girl! Sorry! Perfect. Well, let's have a look. Finn, we're gonna show him, girl. First, your pimples. I have pimples! Ew! This will help! It's dead again! Ew! One, two, three… It's stuck! Here you go! Help! What was that? Seriously! Really? Ew! Huh? Did it work? Oh, girl, you need foundation. Actually, you need a lot of foundation. Perhaps all of it? Hang in there, girl. I will fix you up. Marvelous. Let's remove these horrific glasses. Magic fingers in action! No need to waste this. Kim! Kim! Is this a makeup sponge? Great! Nice! Anyway, let's do your lips. Enough with this. Let's add some color. Never disappointed me. Irresistible. Smells like strawberry. It was my favorite lipstick! It does take like strawberry, too! Why would you do this? Now I need to deal with your teeth. Where can I find a brush? A brush? Oh! Wait! What are you doing? No! Take it out of your mouth! Eww! And now, let's add glitter! Whoa! Oops! Sorry! Something feels wrong. Are they alive? Eww! Uh, these are my pets! For real? Why is this happening to me? No, I can't! Spray is better! No, don't spray! No! My babies! Perfect! Now we need to wash your hair. Wash my hair? Oh, I know! Press the button! What's wrong with her? I have an idea! Paint will work! This is gonna be epic! Stay still for a bit. Now let's mix it! Oh, thank you for the head massage! Great! And now let's clean it! The moment of truth! Ready! I feel strange! Yay! Perfect! Now let's curl them up! All right! To be honest, a sock is nothing, comparing to washing your hair in the toilet! You will love this trick! I found it on TikTok! Let's see if it worked! Oh, okay! Oh, I love it! So pretty! Yay! Beautiful! But where can I find a uniform for you? Here! Wow, girl! I love you! I love you! Uh, yeah! Me too! Ahem! Exactly! Now what? You! We need your help! We need this uniform! Run! Po! Po! What? Here! Watch that! Stop it! Thank you! You can go! Oh! Oh! I love it! Wow! I'm Ginger! And I'm Kim! And we are gonna be the team! Woo! So, am I ready? Am I ready? Am I ready? What is that? Is that an eyebrow? I don't have anything! Let's go! Five, six, seven, eight! Yeah! Oh! Wow! Finn, look at her! Finn, look at me! I am! She is the best! And you just lost me! Wow! What? I don't need you anymore, Finn! Yes! She doesn't need you anymore! Cute! Oh! Look at her! Maybe she also needs a makeover! Yes! Eh? What? Trick or treat? Oh, wait! Trick or treat? Sure! Thank you! What about me? Bye-bye! Don't worry! I'll help you! Woo-hoo! Where are we? Let's have a look! What are these? Oh! I guess pimples! Here is my favorite acne remover! Hopefully it's not gonna hurt her! Don't worry! I'll make it better! Why is this working? Just hang in there! Get out! Ah! Ah! Oh no! My nose! Where is my pretty nose? Such a tiny nose! Now I'm gonna work on you, Finn! Ah! No! Let's do this! Oh, whoa! Ah! Ah! Don't be so dramatic! You are beautiful! Let me see! Oh! Hello, me! Definitely not green! Green is so scary! We need more pink! Huh? What is this color? Such a pity! But pink is not your color! What is happening? Maybe something natural? Is it broken? Why doesn't work? I guess we'll have to use it a different way! What's that? Here! I'll have just a little bit of here! Yes! Ooh, I'm pretty! Is that a spider web inside her mouth? Okay, let's deal with this! This is so long! Now it's gone! Now we need to brush them! And this is my favorite tease, Whited and Kid! And some magic tooth mousse! Open up! Hmm? Okay, now spit! Look at all my teeth! Oh, so many teeth! I'll take them! But I know how old it is! They're going to be so good for my collection! Uh, we need to think about it! I have the best option for you! But I'll need all of your money! There you go! Okay! Gorgeous! Great! With this perfect tease, we need bigger lips, definitely! Very lip plumper! Now we need to wait! One, two, three! Oh! What's that? It should have worked differently! It was just a prank! See? Hmm. Oh, but at least the gadget worked! What a witch! It wasn't funny! We need to make you less scary! Let's add some color! I love this red-colored stick! Now check out this fairy trick! Almost ready! Just a little bit here! And around here! Perfect! Oh! Feels nice! And so soft! Amazing! Now let's see what under this! Oops! We need to change your color! What do we need? New color, new texture? Let's do it! Come on, my pretty ones! Do your magic! And some brushing! Oh! Perfect! Fabulous! I can't believe it! Beautiful! You're becoming such a pretty fairy! Hmm… But we definitely need to change your clothes! So old! I know! My favorite t-shirt! Ooh! What's this? Check this out! Ta-dam! I see you! It was a prank! Look! This is just my phone! Anyway… We need to change your outfit! Wow! Thanks! You're so beautiful! Now I need to change my costume! Now I'm ready for the party too! Wow! You're so beautiful! You're so beautiful too! Thank you! What? What? No! Your pasta would destroy all my work! Hmm… You need a gadget! Nice! Turn! Now it's better! Now, look at my results! I know! I'm such a talented fairy! Are those supposed to be shoes? You'll not go to my party like this! Oh no! There is only one way! Don't worry! I got this! Done! Now it looks better! Huh? Are those mine? Wow! They're amazing! Yeah! You look so perfect! Oh! We're late! Only one hour left for my party! Don't worry! I'll help you! This is my living room! Do you like it? Nice! So many skeletons! It definitely looks like a halloween party! I just need to turn on the lights! Huh? 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 What? My magic doesn't work here! Of course it doesn't work! But you know what always works? Crafts! Check this out! Oh, that's so nice! We need some light! Oh, fairy light! I'll take it from here! I like it so much! Maybe we can add some... Pumpkins! Ta-da! Ta-da! And now, let's feed our guests! Stir in our brew! Nice switch fingers! Can you help me? Um, sure! A touch of almond! Hola! Now let's attach the nails! And the last one! Oh, they look so great! And now, my ex! Marty! I'm really sorry! Let's make him edible! Perfect for a snack platter! Last piece! Martin! Excellent! Oh no! Poor Martin! So easy to scare you! Oh, my cake arrived! Finally, something cute at this party! A cake! Oh no! My cake! Oh no! Let's make it a little unique! These almonds will look like teeth! And some yummy syrup! Nice and bloody! Just how I like it! Looks delicious! Ta-da! Wake up! It's just dough with strawberry! You see? Look! You see? Ta-da! You need to get used to my pranks! And now, strawberry sauce! Strawberry sauce? I love strawberry sauce! So tasty! Let's add loot! Is this enough? Perfect! I can't wait to try it! Hey! Hey! It's strawberry! Welcome to the party! Yay! It's so amazing! Who is that? Look! Hi! I can make another makeover! He's perfect the way he is! Oh! Hi! I like your shirt! I like you too! Oh! This is for you! Oh! Oh nein! Oh! Lass mich das mit ein paar BHs in Ordnung bringen! Viel besser! Oh! Wow! Wow! Ein schöner Exist! Sie ist so beliebt! Aber ich kann auch nachhelfen! Hm! Jetzt sehe ich auch cool aus! Wow! Wollen wir auf ein Date? Dann werde ich's zeigen! Ha! Ups! Hahaha! Ein Schönheitswettbewerb? Klar! Ich werde gewinnen! Werden wir sehen! Ich bin so wunderschön! Ah! Meine Zähne! Wo ist die Nummer meines Zahnarztes? Äh! Wow! Dieses Set wird mir helfen! Und die Zahnpasta! Sieht aus wie das Gebiss meiner Oma! Ich bin wie Lady Gaga! Ich kann diese Zahnpasta ausprobieren! Oh! Hoffentlich schmeckt sie gut! Äh! Weirdo! Oh mein Gott! Hat funktioniert! Äh! So glänzend! Äh! Äh! Meine Augen! Ich will die unbedingt ausdrücken! Ah! Probieren wir's damit! Hm! So weich! Ah! Mein hübsches Gesicht! Äh! Hahaha! Warte! Ich kann meine Superpflaster benutzen! Aha! Eines hier und hier! Uh! Smoothie-Pause! Mhm! Ich versuch's mal mit dem Pflaster-Hack! Etwas Lotion auftragen? Hoffentlich klappt das! Äh! Autsch! Wow! Sieht perfekt aus! Hä? Äh! Die Zeit ist um! Eeeh! Eeeh! Äh! Aaaaaaah! Äh! Eeeh! Ich bin ein Monster! Eeeh! Haltbar bis... 1998? Eeeh! Was? Oh! Äh! Äh! Waaah! Äh! Äh! Diese Creme wird alle Haare entfernen! Einfach einreiben und rasieren! So glatt! Mua! Ich lasse mich auch rasieren, aber ich hab kein Gadget! Ieeh! Was für ein Haar-Dschungel! Ich versuch's mal mit Klebeband! Eins, zwei, drei, los! Äh! Nicht so schwer! Mh! Aaaaaah! Wow! Gute Arbeit! Ich sollte mich weiter vorbereiten. Ha, Nerd. Zeit für die Beauty-Maske. So ein Gerät hat sie natürlich noch nie gesehen. Ich gebe etwas Saft hinein. Und ein bisschen Glitzer. Wow. Dann alles mischen. Fantastisch, eine goldene Maske. Oh, ich fühle mich wie Kleopatra. Ah, ich habe eine wiederverwendbare Maske. Ich brauche Glitzer. Ich werde in kleinen Streich spielen. Da ist es ja. Yay. Etwas Glitzer auftragen. Trocknen lassen. Und voila. Und voila. Wow. Mit dieser Maske werde ich mich in eine Prinzessin verwandeln. Okay, das reicht. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, was? Oh. Äh, Kleber? Äh, Kleber? Weich wie Babyhaut. Ah, ich werde gewinnen. Hä? Meine Augenbrauen sehen furchtbar aus. Ah, mein Lieblingsgadget. Jetzt kann ich einfach meine Brauen aufmalen. Sei nicht neidisch, loser. Ah, Aloe wird meine Augenbrauen aufhellen. Ich schneide es vorsichtig auf. Dann schabe ich etwas Gel ab. Nice. Mh, lecker. Und dann trage ich das Gel auf die Brauen auf. Oh, mein Gott. Was? Hm. Ah, gefällt mir. Das ist ein Statement. Oh. Hm. Hm. Ich brauche neue Ohrringe. Hm. Hm. Ich werde sie mit einem Pop-Hit machen. Ich gebe Kleber in ein paar Zellen. Und lasse es trocknen. Und fertig zum Anziehen. Die sehen aus wie Lego-Steine. Ich bin wieder ein kleines Kind. guck. Ha, ha, ha. Ich werde noch bessere Ohrringe machen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wow, geschafft! Ah, ha. Ha. Ha? Ha. 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 Warum ich? Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ich kann mir Locken machen. Zu kurz. Ich hab's. Besser als ich dachte. Was? Wie gefällt dir mein Lockenstab? So viel besser als ihre lila Haare. Wollt ihr mich veräppeln? Psst, du bist hier nicht allein. Wow, meine Lieblingsfarbe. Hm, ah, ich werd sie etwas aufpumpen. Hm, ich benutze stattdessen einfach Gummibänder. Tada, ganz einfache Zauberei. Mega. Fantastisch. Mein Gadget war super einfach zu benutzen. Ein bisschen unangenehm. Okay, wollen wir mal sehen. Ich kann's kaum erwarten. Hä? Hä? Äh, nicht schon wieder. Ah! Ha, je größer, desto besser. Aha. Die Kreuze spielt keine Rolle. Hm. Wow, so süße Herzen. Oh. Aber ich hab diesen stylischen Klebe-Eyeliner. Hahaha. Hm. Damit werd ich gewinnen. Aha. Oh. Oh. Ah. Hm. Ich kann Lippenstift und Zahnseide benutzen. Als Eyeliner. Ja. Hm. Wow, wie schick das ist. Hä? Ah. Aha. Äh, da steckt was in deinen Zähnen. Hä? Wo denn? Hier? Äh, äh. Ah. Sie hat mir wieder einen Streich gespielt. Sehr schön. Hahaha. Oh mein Gott, die Jury ist schon da. Ich bin so aufgeregt. Was? Dieser Nerd ist so... So... Äh. Ah. Also du bist gekommen. Hä? Fiegel. Nö, 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 nö. Aus dem Weg. Oh nein. Was soll ich nur tun? Ah. Keine Panik. Warte hier. Ich brauch das hier. Und das hier. Hoch die Arme. Was machst du da? Kopf nach vorne. Die ist auch verrückt. Äh. Gar nicht schlecht. Das kommt runter. Nice. Oh. Und der letzte Schliff. Das ist perfekt. Danke. Danke. Oh. Ich bin dran. Nochmals viel Glück. Meine Damen und Herren. Emma fängt an. Viel Glück, Emma. Viel Glück. Du bist wunderschön. Emma ist die Beste. Ich hoffe, jeder hat mich gesehen. Spiel. Super cool. Ach, bekommst du. So weit. Zehn. Natürlich. Auch von mir zehn Punkte. Neun muss reichen. Wow. Danke. An jeden. Und jetzt Meg. Und los, Meg. Fantastisch. Fantastisch. Danke. Meg ist die Gewinnerin. Nicht schlecht. Nichts Besonderes. Genial. Ups. Falsches Schild. Meg ist die Gewinnerin. Danke. Und die Gewinnerin ist Emma. Danke. Danke. Vielen Dank. Ich liebe euch alle. Vielleicht nächstes Mal für mich. Hä? Du hast es dir verdient. Danke. Einzelorgan. So unsicher. Wohin geht ihr? Lass uns ein TikTok machen. Okay. Ich liebe Rainbow Friends. Du bekommst ein Farbbad. Regenbogenbad. Das wird gehen. Wo ist die Zahnbürste? Zeit zum Putzen. Du wirst so bunt werden. Oh Mann. Zeit, ein Kindermädchen einzustellen. Ich muss das Beste finden. Sie scheint nett zu sein. Und angestellt. So praktisch. Blue. Hi. Ich bin deine neue Nanny. Viel Glück. Komm, ich mach das mal sauber. Lass das. Lass. Du musst aber sauber sein. Ich möchte Verstecken spielen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Bereit? Ich werde dich finden. Da ist sie ja. Das war gar nicht so schwer. Wo ist sie denn hin? Hab dich. Was ist das denn? Sie denkt also, sie ist super schlau, hm? Oh, willkommen. Ein Ballonstreich? Ernsthaft? Autsch. Tut mir so leid. Komm, ich mach dich sauber. Was? Oh nein, 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 nein. Ich muss mich beruhigen. Ich brauch neue Ideen. Streiche machen mich hungrig. Ich esse mir was, was nicht erlaubt ist. Oh, Sesam, öffne dich. Oh, wow. Was nehme ich? Nicht deins? Nein? Zu einfach. Brokkoli? Wirklich? Nein. Ich esse was anderes. Donut, ja. Zucker raus. Und es ist alles blau. Oh, ich will sie alle. Alle Bonbons. Die sind so lecker. Oh nein, sie hat mich. Ich habe sie nicht gefunden. Hm, sie ist hier. Zweifellos war sie hier. Und hat Spuren hinterlassen. Wer ist die ganzen Süßigkeiten? Ich bin's nicht. Oh, was? Oh Gott, Pickel. Oh, was ist das? Komm, wir finden's heraus. Ich muss sich aus. Ich muss sich ausquetschen sofort. Oh nein, nicht ausquetschen. Ich kann nicht. Was zum... Oh, tut mir leid, Nanny. Ciao. Oh, dieses Kind. Okay, okay, du schaffst das schon. Hey, was machst du da? Oh, was für ein Chaos. Es ist meine Aufgabe, alles sauber zu halten. Hallo, Missy. Mal sehen, ob die Steckdose funktioniert. Oh nein, niemals berühren. Aber ich bin doch Ingenieurin. Ich hab was für dich. Bitte hab etwas Geduld. Hier, setz dich. Ich will nicht sitzen. Guck mal, was ich für dich hab. Oh, Snacks. Ich bring meine eigene Schüssel mit. Lecker, lecker. Aber ich will auch spielen. Dann basteln wir eine Überraschung für dich. Dieser Papierkorb ist perfekt. Es braucht nur einen Schnitt hier, versprochen. Kinderleicht. Dich brauche ich nicht mehr. Oh, mehr Chips. Wirst du essen das hier? Oh, Süßigkeiten. Und nun wird gemalt. Ich mag lieber blau. Ja, genau. Und jetzt zaubern wir ein wenig. Oh, sieht schick aus. Das Smiley-Zeichen. Grace, sieh mal. Schau dir das an. Lichter. Was ist das? Wow, ein Smiley. Wow, ich will es versuchen. Ich will auch. Und so einfach geht Unterhaltung. Okay, Zeit, die Steckdosen zu verschließen. Hier kommen wir. Dann noch abdecken. Oh, das war zu viel. Oh, mein Kopf. Ich muss... Ich muss mich ausruhen. Oh, nice. Snacks. Lecker, lecker. Nur ein paar Minuten. Zeit für den Streich. Beeilen wir uns, bevor sie aufwacht. Ich hoffe, das reicht. Rache ist Blutwurst. Es wird länger dauern als fünf Minuten Tricks, aber es wird so echt aussehen. Die perfekte Spinne, oder? Sogar die Textur. Aber Spinnen sind schwarz. Fast fertig. Jede Menge Augen. Das wird der Wahnsinn. Äh, Nanny. Grace. Was zum... Die ist ziemlich groß. Ah! Ah! Genug Snacks für heute. Und was gibt's das her? Was? Veräppelt. Bye, bye. Oh, dieses Kind. Oh, bin endlich entkommen. Oh, oh, oh. Nanny! Wie bist du da hingekommen, Nanny? Nanny antworte. Oh, bist du tot? Bist du okay, Nanny? Oh, oh. Hä? Äh, äh, Nanny? Versteh ich nicht. Wer ist der bessere Streichespieler, hä? Was? Ein Streich? Ein Streich? Oh, du wirst schon sehen. Äh. Ich zeig dir, wie Streiche gehen. Ich zeig dir, wie streiche gehen. Das ist zwar altmodisch, aber ich liebe es. Zeit zu glänzen. Nicht kleckern, klotzen. Das wird der beste Streich aller Zeiten. Jetzt nur noch aufbauen. Oh, streiche zu spielen ist eine Menge Arbeit, aber die Gesichter sind's echt wert. Letzter Schliff. Das macht so viel Spaß. Nanny, komm her. Grace, ist alles okay? Wo bist du? Oh nein, der klassische Türstreich. Was zum? Mehl? Grace! Brauchst du eine Serviette? Nein, mein Mund. Ich glaube, wir brauchen beide einen Bart. Bleib hier und ich lasse einen Bart ein. Ich weiß, was zu tun ist. Du brauchst das Bart mehr. Was ist hier los? Ich habe dir gesagt, es reicht. Komm her. Handtuchsschlag. Ich muss mich verstecken. Habe ich dich. Widerlich. Ich werde es auch niemandem sagen. Bitte tu mir nicht weh. Ich bin zu jung zu sterben. Oh, bitte. Wo ist sie hin? Naja, egal. Ich glaube, sie ist gegangen. Ja. Das war so knapp. Süßigkeiten zur Belohnung. Und schon wieder habe ich es geschafft. Ich bin dem Kindermädchen entkommen. Bester Scherz, Boy. Wo willst du denn hin? Bitte tu mir nicht weh. Okay. Aber dann musst du das alles tun. Na gut. Magische Verwandlung ist Betrug. Schummeln gilt nicht. Das ist so langweilig. Tut mir leid. Und nun ist Zeit für den Haferbrei. Mund auf. Niemals. Wo ist sie? Ich esse das nicht. Komm her. Du willst Spiele spielen? Okay. Dann spielen wir dieses Spiel. Oh nein. Meine Arme. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ganz genau. Und jetzt iss. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Gar nicht so schlecht, oder? Oh, magst du es? Ich bin froh, dass es dir schmeckt. Denn ich habe Blaubeeren reingemacht. Und jetzt schön aufmachen. Vielen Dank, Nenni. Zeit fürs Bett. Zeit für einen Nachtstreich. Oh nein. Wo steckst du? Nein, du bist nicht echt. Grace? Lass sie in Ruhe. Niemals. Das war keine Frage. Nenni, schnapp ihn dir. Komm schon, nur ein Streich. Nein, sie schläft. Und komm niemals zurück. Erledigt. Nun können wir endlich schlafen. Danke, Nenni. Du hast mich gerettet. Nun kann ich endlich gut schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Nenni. Schlafen wir, Mr. Blue. Gute Nacht, Grace. Gemütliches, kuscheliges Bett. Hab dich. Süße Freunde. Wow. Okay, Ball. Es ist so schmutzig. Was ist da drin? Machen wir es einfach auf. Wow. Blauer Schleim. Da ist noch mehr drin. Ein Hund. Wow. Oh, ich habe einen Hund. Okay. Machen wir dich etwas nass. Zippidi-sappidi-sou. Hi. Oh mein Gott. Rup, rup. Hi, du. Du süßer kleiner Muffin. Wow. Gehen wir nach Hause, kleiner Kumpel. Süßigkeiten. Tauche es in die geschmolzene Schokolade. Alles schön abdecken. Und in die Streusel tauchen. Ich sabbere jetzt schon. Schokolade und Streusel. Showtime für meine Geschmacksnerven. Hey, pass auf. Wow. Wow. Autsch. Meine Süßigkeiten. Brauchst du Hilfe, Kumpel? Ein Welpe? Wow, sie ist so süß. Pssst. Leise. Ist das... Leo. Hast du einen Hund dabei? Leo. Nein, Mama. Das war knapp. Oh, wer ist das süßeste kleine Fellknäuel? Du. Aua. Stimmt was nicht? Oh nein. Ich habe überall Kratzer an den Armen. Aua. Nun, Evie. Du brauchst eine kleine Maniküre. Na. Große Maniküre. Komm her. Lass mich los. Evie. Wie brille ich sie dazu, stillzuhalten. Vielleicht hilft dieser Trick. Zuerst wirklich Frischhaltefolie um meinen Kopf. So. Und das ist das Wichtigste, um sie abzulenken. Ich gebe die ganze Packung auf meinen Kopf. Komm her, Baby. Oh, snap. Zeig mir deine Pfote. Komm her. Das ist gut. Ich liebe es. Oh, Evie. Du warst so ein braves Mädchen. Schau dir deine schön getrimmten Pfoten an. Sie sind so niedlich. Hä? Oh. Hey, Leo. Hi, Chloe. Äh, äh. Was ist das da auf deinem Kopf? Äh, das ist Hundefutter. Du hast Hundefutter auf dem Kopf. Ich sollte das abziehen. Du bist der bravste Hund auf der ganzen Welt. Und ob ich das bin. Ich glaube, du brauchst einen neuen Tag. Basteln wir eines. Gut, dass ich immer einen Vorrat an Knete habe. Das wird ein hübsches Tag. Machen wir zuerst die Pfotenform. Süß, oder? Und jetzt verleihen wir dem Ganzen etwas Glanz. Silber und Rose mit einem leichten Goldschimmer. Wenn du rosa glitzerst, mag Mami dich sicher auch. Sie liebt rosa und Glitzer. Viel rosa Glitzer. Ich brauche etwas, damit es kleben bleibt. Oh. Und fertig. Hübsch. Oh. Ähm, hallo. Ah. Das ist genial. Mami verwendet das oft. Ein paar Tropfen. Eins, zwei, drei. Oder vielleicht die ganze Flasche. Toll. Als nächstes wird es getrocknet. So geht das. Äh. Wow. Pinker und glitzender Anhänger. Jetzt schreiben wir deinen Namen drauf. Der erste Buchstabe ist E. Vorsichtig, Leute. Dann V. Wow. Und E. Ivi. Wow. Cool. Danke. Oh, du siehst noch viel süßer aus. Wow. Wow. Danke, Kumpel. Oh nein. Ivi. Mama wird so sauer sein, wenn sie das sieht. Oh. Jetzt muss ich das sauber machen. Ah. Zeit für einen Snack. Meine Lieblingschips. Au. Au. Hey. Hast du was für mich? Ähm. Das? Ah, ah, ah. Ich gebe dir einen richtigen Hundesnack, okay? In deinem eigenen Napf. Menschen teilen ihre Snacks nicht mit Hunden. So. Lass es dir schmecken. Riecht gut. Und schmeckt gut. Jetzt kann ich meine Chips genießen. Ah, 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 ah. Ich bin fertig. Was? Tschüssi. Yeah. Warum wird der Geruch immer stärker? Upsi. Ivi. Oh nein. Noch mehr. Heiliger Strohsack. Das ist eine ganz neue Chaos-Stufe. Unglaublich. Da kommt so viel aus zum kleinen Kerl raus. Ich muss etwas tun, bevor Mama das sieht. Das sieht praktisch aus. Kaufen. Ha, ha. Cool. Wow. Mal sehen, wie das funktioniert. Es hat eine feitbare Schale und es kommt mit Plastiktüten. Tüte ziehen und abreißen. Einfach das Gerät in die Tüte geben. Ja, bereit zu putzen. Nein, nein, nein. Ich komme und hole dich. Ha, ha, ha. Au, au, au. Au, 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 au. Wenn es fertig ist, zieh einfach die Tüte vom Gerät. Meine Güte, das sind aber viele Tüten. Uuuh. Rieche ich da? Hunde-A-A? Oh, Leo. Leo. Mama kommt. Los, versteck dich. Das stinkt fürchterlich. Ist das meins? Ähm. Her damit. Äh, okay, Mama. Äh. Komm, das war nicht hier. Naja. Puh, das war heftig. Ha, das ist ein perfekter Ort. Komm rein, Evie. Ruff. Ich gehe da nicht runter, Kumpel. Oh, okay. Vielleicht muss ich dir ein Haus bauen. Ich weiß. Aha. Ah, ah, ah. Hier ist das Material. Aber zuerst brauchen wir einen Plan. Evies Haus muss alles haben, was sie braucht. Und noch mehr. Hm. Perfekt. Fangen wir an. Äh, äh, äh. Äh, ah. Ah, fertig. Gut gemacht, Leo. Puh. Oh, Mist. Oh, naja. Ich kaufe einfach eines. Das ist ein schönes Haus. Kaufen. Was für eine Expresslieferung. Wow. Personalisieren wir es. Wir brauchen all die süßen und hübschen Dinge. Bequeme Kissen. Ein paar Knochen. Voilà. Alles, was sie braucht, in einer hübschen Box. Wow. Evie. Schau dir dein neues Haus an. Ja. Oh, gefällt es dir. Zurück zu meiner ruhigen Leseecke. Ah. Wow. Was ist denn da gerade passiert? Leo. Du liebst dein neues Haus, nicht wahr, Evie? Riff. Es ist in Ordnung, ja. Gemütlich, was? Trotzchen. Hä? Was ist das? Oh, oh nein. Lauf, Evie, lauf. Ich kenne mein Leben. Ich kenne mein Leben als Zielherrhein, nine fahren.